Eutrophierung bzw. Nährstoffeintrag, seltener Nährstoffanreicherung, ist ein Terminus aus der Ökologie. Damit wird allgemein, dass sich anreichern oder angereichert werden von Nährstoffen in einem Ökosystem oder einem Teil desselben bezeichnet. Im konkreten Fall von Gewässern und zur nahezu ausschließlich von stehenden, wird unter Eutrophierung allerdings in der Regel speziell eine Überschreitung des günstigsten Nahrungsangebots. Der Eutrophie, verstanden hier also die unerwünschte Bzw.sch edeliche Zunahme von Pflanzen-Nährstoffen im Wasser. Der Grund für die Unerwünschtheit liegt dabei in dem mit der Nährstoffzunahme über ein Eutrophismas hinaus verbundene nutzlosen oder schädlichen Wachstum der Pflanzen und Algen. ZB dem unkontrollierten Wuchern bestimmter Arten sowie einer daraus resultierenden Störung des ökologischen Gleichgewichts. In diesem Sinne bedeutet Eutrophierung daher eine Überdüngung bzw. Überernährung der Pflanzen und anderen photosynthetisch aktiven Organismen des betroffenen Ökosystems, insbesondere der Algen bzw. Cyanobakterien und Wasserpflanzen. Im engeren Sinne wird hier unter Eutrophierung nur die vom Menschen verursachte Erhöhung des Nährstoffangebotes in Gewässern, besonders durch Nitrate und Phosphate, verstanden. Die Erhöhung erfolgt durch den Zufluss der Nährstoffe aus Abwässern sowie durch Eintrag aus intensiv gedüngten landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Eutrophierung eines Gewässers verursacht eine Erhöhung seiner Primärproduktion. Welche in ihm bei sehr starker Eutrophierung eine hohe Sauerstoffzehrung zur Folge hat, natürliche Eutrophierung. Eutrophierung ist in eher seltenen Fällen ein natürlicher Prozess. So können im Zuge der Verlandung eines Sees vermehrt Nährstoffe in den See gelangen. In der Vergangenheit stieg der Nährstoffeintrag durch klimatische Veränderungen. Wie etwa bei skandinavischen Seen nach dem Rückzug der Gletscher am Ende der letzten Eiszeit anthropogene Eutrophierung. Heute wird unter Eutrophierung meist die vom Menschen verursachte Zufuhr vor allem von Phosphat verstanden. Die Phosphate gelangen aus Abwässern und dem Bodeneintrag der landwirtschaftlichen Düngung durch Niederschläge in die Gewässer. Der erhöhte Phosphateintrag führt primär zu einer erhöhten pflanzlichen Produktion. Der Effekt ist dabei in Seen größer als in Flüssen, da in letzteren die Nährstoffe wesentlich rascher ausgeschwemmt werden. Im Anschluss an die pflanzliche Biomasse steigt auch die Biomasse der Konsumenten und Destruenten. Damit steigt auch die Menge an organischem Material, das zu Boden sinkt. In diesem Bereich steigt durch den mikrobiellen Abbau der organischen Substanz der Sauerstoffverbrauch. Sinkt die Sauerstoffkonzentration im Wasser unter 1 mg L, so erfolgt eine weitere Phosphatfreisetzung aus dem Sediment. Dies führt zu einer Selbstverstärkung der Eutrophierung. Am Gewässerrand bewirkt die Eutrophierung auch eine Veränderung bei den hier wachsenden Pflanzengesellschaften. In Fließgewässern führt Eutrophierung ebenfalls zu einer Steigerung der Produktion. Dabei vermehren sich in Gebirgsbächen besonders die epiletischen Algen in größeren Gewässern die Makrophyten. Was zur sogenannten Verkautung führt, in aufgestauten Flüssen wächst besonders das Phytoplankton, was zur Veralgung führt. Es kommt ebenfalls zu einer Verschiebung in der Artenzusammensetzung.